Musik Hallo und herzlich willkommen zurück in Green Hill. Ja Leute, ich muss euch was erzählen und zwar folgendes. Mein alter Speicherstand, den ich hatte, ist leider nicht mehr verwendbar, aus welchem Grund auch immer. Ich vermute mal, dass beim letzten Speichern ein Fehler aufgetreten ist und ich komme leider nicht mehr rein. Nun habe ich privat zugesehen, dass ich meinen bisherigen Speicherstand nochmal nachspiele. Habe es auch soweit geschafft. Also ich habe alle wichtigen Sachen, die ich bisher entdeckt hatte, wie den Jeep oder das Drogencamp, die Anglerstelle gefunden und auch dort alles eingesammelt. Und ja, hatte mich dann nicht weit von hier in der Nähe von einem Wasserfall erstmal niedergelassen. Hatte dort auch eine Tötungsfalle aufgestellt, die ich glaube ich im Drogencamp entdeckt hatte und somit auch bauen konnte. Ja und dann ist mir eingefallen, dass ja jemand in meinen Kommentaren mal geschrieben hatte, dass halt bei 48 West und 16 Süd ungefähr eine ganz tolle Höhle zu finden sei, mit Wasser in der Nähe und auch Bananen. Ja und ich bin jetzt mal hier hingelaufen und hier ist auch die schöne Wasserstelle und die Höhle ist genau hier. Ich war da auch kurz drin und ich muss sagen, ja die ist super schön und ich denke ich werde mir erstmal mein Heim hier drinnen einrichten, bis ich mal eine ganz tolle Stelle gefunden habe, um dort mal endlich die Lebenssache auszuprobieren. Genau. So, hier sehe ich jetzt allerdings nicht mehr so viel, es ist ja auch dunkel und ich leide an Schlaflosigkeit anscheinend oder Schlafmangel. Ja und jetzt dachte ich, ich baue mir jetzt einfach hier mal mein Lager so ein bisschen auf. Und ja, mit den allernötigsten Sachen eben, ne, so Speicherpunkt und so weiter. Äh, und ein Blätterbett. Genau. Ach, was brauche ich denn? Naja, diesen Hüttenunterstand war, wäre ja dann mal angebracht. Drehen. Ich habe keine Ahnung, wo ich den hinbaue. Ne, da rein nicht. Gehen wir mal wieder ein bisschen raus. Gut. Dorthin. Meine Güte, ich sehe gar nichts. Moment, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Da auch nicht. Oder ich mache mir erstmal ein Feuer oder so. Was ist hier? Obsidian. Hey. Wer damit? Gut, dann baue ich mir jetzt erstmal ein Lagerfeuer, weil ich sehe ja rein gar nichts. Ich hoffe nur, ich habe jetzt auch genug, ähm, Material. Ach, jetzt fehlt mir ein Stock. Äh, hier ist mein Lagerfeuer. Wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Dank Gottes Willen. Ich hänge hier fest. Ne, da ist eine Wand, glaube ich. Das Problem ist, mein Raum ist auch sehr hell. Ich kann ihn auch nicht dunkler machen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht. Hallo? Ich will hier raus. Ich laufe jetzt hier wirklich total blind durch die Gegend. Es tut mir leid. Hier vielleicht? Ah ja, okay. Ach, Gott sei Dank. Oh, ein gelber Papagei. Sehr schön. Und ich habe wieder was an meinem ach so tollen Körper. Meine kleinen Begleiter. Oh, Schlafmangel ohne Ende. Boah, ich sehe rein gar nichts. Könnte das mal wieder ein bisschen hell werden? Wäre das möglich? Okay. Ah, ich glaube, ich werde mich einfach mal hinpacken. Hilft dir alles nichts. So. Es wird auch gleich wieder hell. Ach, was habe ich denn jetzt wieder? Bestimmt ein Wurm oder so. Ist da ein Wurm? Ja. Ja. Ähm. Kräten habe ich ja Gott sei Dank noch. So. Und dann mache ich ein Funkienverband drauf. Sehr schön. So. Ich habe aber noch was. Bestimmt noch ein Wurm. Da vielleicht? Ich sehe das echt nicht. Verdammt. Hm. Vielleicht muss ich einfach mal hier so eine Krete nehmen. Ne, da ist nichts zu sehen. Dann gehe ich nochmal zu dem Arm. Ah, ja. Habe ich mir schon gedacht. So. Tabakfunkien. Ich hoffe, das war es jetzt auch. Sehr gut. Ähm. Das ist natürlich Mist, ja. Könnte das jetzt echt mal hell werden, bitte? Ich sehe noch nicht mal das Wasser. Sieht das Wasser? Ne, ne? Ihr müsst auch denken, ich bin total bekloppt. Wie spät haben wir es denn? 5.36 Uhr. Werde mal schneller hell. Ich sehe nichts. Ach, hier ist Wasser, ne? Ja. Okay, dann kann ich mich wenigstens schon mal ein bisschen waschen. So, was ist denn jetzt los? Hat sich das jetzt auch noch schon entzündet? Ah, shit. Ich habe keine Mahnen, ne? Doch, habe ich. Moment. Nicht den Pilz. Die Mahnen will ich haben. Moment. Sammeln? Hast du mich verdommen? Sammeln. Okay. Ah, das sieht ja echt böse aus. Guck mal, wie die sich hier so einsaugt. Ist ja eklig. Jaguarfleisch. Ach ja, stimmt. Habe ich hier auch. Zerstören. Essen. Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder gegessen? Eine Made. Ach, Mann. Essen. 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 Komm, die esse ich jetzt auch, diese Sachen hier. Ich kann mir ja gleich ein Lagerfeuer machen. Okay. Du gehst da hin. Du gehst da hin. Du gehst da hin. So, ich brauche noch einen Stock. Gott sei Dank. So, dann geh ich nochmal schnell rein. Mach mir mal eben ein Feuer. Großer Stein. Großer Stein. Okay. Da bin ich. sehr gut. Nein. Habe ich jetzt trockene Blätter? Ach, hör doch auf. Ach, wie durch ist das denn jetzt? Ähm. Bin ja Sub-Eisen-Ade. Ach ja, genau. Die habe ich mir auch schon, ähm, aktiviert, die Sache. Während ich halt im privaten Modus gespielt hatte, um das alles aufzuholen. Habe das rein zufällig entdeckt in der Höhle am Wasserfall. Und konnte somit halt diese Schmelze, ähm, aktivieren. Oh, da sind ein paar Früchte für mich. Und ich habe schon wieder eine Entzündung oder was? Okay. So, kommt da jetzt ein normaler Verband oder ein Funkchen? Ach, ich mache ein Funkchen. So. Meine Güte. So, ich brauche trockene Blätter. Oh, Schlange. Komm her. Hab dich. Dann sammle ich sie mal. So, meinen Pfeil will ich auch gerne wieder haben. So, ich brauche immer noch trockene Blätter. Haben wir hier irgendwo Nussbäume? Ja, da, ne? Da ist ein Nussbaum. Aber eigentlich will ich die nicht kaputt machen. Gibt es noch woanders Nussbäume? Hm. Da oben ist ein Pilz. Hier ist auch ein Nussbaum. Na gut, dann muss ich halt den kaputt machen. Was soll's. Ich brauche nur mal trockene Blätter. Ach du Scheiße. Ich habe ja gar keine Ausdauer. Läuft der wieder heute? So. Palmblatt. Trockenes Blatt. Ja, gute Nacht. Schlaf schön. Hm. So, dann sammle ich mal noch ein paar. Palmblatt, Palmblatt. Ach ja. Na, gibt's hier keine trockenen mehr? Da. Ja, damit. Okay, und die nehme ich auch schon mal mit rein. Ach, da ist noch ein trockenes. Okay. Gut, hole ich mir gleich ab. So. Jetzt wieder hier runter. Vielleicht sollte ich mir hier auch noch eine Falle aufstellen. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich habe schon wieder was am Körper kleben. Also langsam finde ich es nicht mehr schön. Okay. So, die lege ich jetzt erstmal hier hin. So, ich kümmere mich jetzt erstmal ums Feuer. Oh ja. So, 20% hat es noch. Ah. Oh nein, ich habe ja keine Aussauer, oder? Fuck. Schick. Ich bin äußerst schmutzig. Hab wieder einen Blutsauger hier an meinem Arm kleben. Gehst du weg. Alles klar. Hilft alles nichts. Ich muss schlafen. So. Aufwachen. Schnell Feuer machen. Na. Benutzen. Anzünden. So. Klapperschlangenfleisch. Sammeln. Sammeln. Ah, ich krieg bestimmt gleich Parasiten, oder? Essen. Gut. Das Ding sammle ich auch mal gleich. Dann habe ich wieder Federn. Die Maus, die sammle ich auch. Okay. Achja. Nehmen. Nehmen. So. Oh. Oh. Dann kocht mal schnell, ihr mein kleines Fleischlein. Was auch immer das für ein Deutsch jetzt war. Oh. Ja. Und ich gucke mir gleich noch mal an, was ich wieder am... Oh. Shit. Und ich habe keine Knochen mehr. Also irgendwie ist jetzt echt gerade wieder der Wurm drin. Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Ich brauche Fische. Nehmen. Und dann noch meine Langusse. Was sagt denn meine Uhr? Es wird gleich wieder dunkel, das sagt meine Uhr. Ich glaube, ich mache mir mal schnell ein Blätterbett. Bett, Bett, Bett. Blätterbett. Da. Nah am Feuer. Ungefähr hier. So, zehn Stück. Ein paar habe ich ja schon gesammelt. Habe ich den jetzt schon wieder hingetan? Ich habe es schon wieder vergessen. Fünf. Habe ich nur fünf gesammelt? Was ist mit mir los? Ne, sechs. So. Nehmen. Okay. Dann nochmal schnell raus, bevor es richtig dunkel wird. Wie bekomme ich jetzt meinen scheiß Wurm ohne Knochen raus? Papagei. Ich rauche mal das schnell weg. Sammeln, sammeln, sammeln. Alles schön sammeln. Okay. 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 So, jetzt geht es wieder los, dass ich nichts sehe. Irgendwo hier rein, ne? Hoch. Was ist Eisenerz? Ne, Moment. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Oh, Mann. Leute. Ich sehe gar nichts. Jetzt laufe ich bestimmt wieder zurück, oder? Ist da der Ausgang? Ja, da ist der Ausgang. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ich bin wieder zurückgelaufen. Ich bin wieder zurückgelaufen. So, dann da rein. Dahin. Ach, da. Okay. Oh, Gott sei Dank ist das wenigstens fertig. So, dann gehe ich mal schlafen. So, ich bin auch hochgradig dreckig. Ah, das läuft ja wirklich super. So, wenigstens meine Schlaf... Mein Schlafmangel weg. Ach, ich habe gar keine Stöcker. Lagerfeuer, Asche. Gut. Ich muss unbedingt meinen Wurm wegkriegen. Waschen. Gut. Gut, wenigstens ist auch das erledigt. Oh, da sind Nüsse. Sehr gut. Essen. Essen. Okay. Leer. Trinken. Ah, ist jetzt auch leer. War super. Ich sollte hier echt eine Falle hintun. Ja, ist ja gut. Okay, dann werde ich jetzt mal... ...mein Bidon... ...auffüllen. 100 von 100. Okay. So, ich brauche jetzt auch irgendwie noch einen Speicherplatz. Hm. Okay, jetzt werde ich Bäume schlagen. Hilft ja nichts. Stöcker. Stöcker. Da sind auch noch welche. Kleiner Stock. Wieder zurück. Da. Okay. Gut, dann schlage ich jetzt den mal hier. Ich brauche unbedingt Knochen. Ja, jetzt bin ich schon wieder schmutzig. Das ist doch alles nicht fair. Aufheben. So, ich schmeiße das jetzt alles mal hier vorne hin. Damit ich es auch wieder finde. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Jagen. Stock. Stock. Ah, hier ist ja noch ein langer. Sehr gut. Oh, fuck. Meine geistige Gesundheit. Waschen. Okay. Folgendes. Ich muss jetzt versuchen. Gott sei Dank hat der Knochen. Ich hoffe. Ja, ich weiß. Ich bin hungrig. Nein, der hat keine Knochen. Okay, ich bin erledigt. Gibt sie keine Fische? Warum gibt sie keine Fische? Oh, oh, oh. Das war's, Leute. Das war's. Na gut. Ich werde die Folge für heute auf jeden Fall erstmal beenden. Und mal gucken, wie ich denn hier rauskomme, ne? Also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.